Darf man so lange seinen Nachfasten aufschieben, wie man will? Man kann seinen Nachfasten nach Ramadan bis Sha'ban des nächsten Jahres, also bis den letzten Monat vor Ramadan, aufschieben. Aber natürlich ist es besser, wenn man so schnell wie möglich seine Fastentage nachfastet und dann auch die Tage von Sha'wal, dieses 100 Tage fastet.